Als ihr eure Hand auf die Truhe legt, ertönt ein leises Rumpeln. Ihr hört das Geräusch einer schleifenden Bewegung hinter euch wiederhallen, als sich die Truhe von alleine schließt. Etwas nähert sich. Die Truhe öffnet sich nun wieder mit einem schleifenden Geräusch und im Rest der Vorkammer ist stille eingekehrt.